Musik Sehr geehrter Kreisbrüder Helhamuth, vielen Dank für Ihre einführenden Worte, sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, euch Kinder auch und die Erwachsene hier zu unserer Ausstellung der Kaspar kommt und damit auch zum Auftakt unseres vierten Staumanner Figurentheaterfestivals begrüßen zu dürfen. Diesmal hatten meine Kreiskollegin Tanja Lütje, Frau Lütje und ich, hatten uns etwas anderes gewünscht. Da wir in diesem Jahr das 150. Jubiläum des Kreises Staumann feiern, wollten wir den Blick mehr in die Region lenken und auf Basis der Lübecker Sammlung den Spuren des früheren Puppen- und Marionettenspiels hier nachgehen. Und ich bin sehr dankbar, dass sich das Museum darauf eingelassen hat. Was ist Puppen-Theater, Figuren-Theater, Kaspar-Theater, Kunst-Figuren-Theater? Es gibt viele unterschiedliche Begriffe, die herumschweren, wenn von Bühnenspiel mit animierten Figuren die Rede ist. Und nicht immer meinen zwei, die den gleichen Begriff benutzen, auch wirklich das Gleiche. Warum das alles so kompliziert ist, davon erzählen uns die Puppenspieler, so nenne ich sie jetzt hier mal, mit denen wir uns in dieser Ausstellung beschäftigen, eine ganze Menge. Über Jahrhunderte hinweg hatten es die Puppenspielkunst und seine Akteure schwer, als Kunst- und ernsthafte Künstler wirklich anerkannt zu werden. Ein Blick auf die Hinterlassenschaft der Puppenspieler-Dynastie Winter, die wir hier mit einem großen Anteil Puppen in der Ausstellung haben, zeigt uns eindrucksvoll, wie sehr sie um Anerkennung kämpfen. Karl Winter Senior wurde auch nicht müde, seine kostbare Marionettenbühne vom gewöhnlichen Kaspar-Theater abzugrenzen, obwohl seine Bühne selbstverständlich auch einen Kaspar hatte, zum Beispiel im Dr. Faustus. Von diesem Dr. Faustus zeigen wir auf dieser Bühne hier zwei Szenen, einmal in der Studierstube und einmal am Hofe des Herzogs von Parma. Das Stück ist ein Klassiker der Puppenspielkunst und ist nicht zu verwechseln mit der Faustfassung von Goethe. Es gehörte zum ständigen Repertoire der Winters und wurde 1962 in Berlin gar verfilmt. Als die wintersche Marionettenbarockbühne 1958 in Lüttich im Rahmen der Weltausstellung als kostbare, lebendige Antiquität geehrt wurde, viel häufiger vergleicht mit Theodor Storms Pole Puppensbähler, eines der wichtigsten Zeugnisse des Wandermarionettentheaters in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier wie da musste man sich gegen Vorurteile gegenüber Fahrenden behaupten. Eine Wanderbühne zu haben und gleichzeitig sesshaft zu sein, das war das Ziel. Eine der beide Welten kannte war der Heidekasper Walter Büttner, der gemeinsam mit Bruder Heini in Halberstadt beim Vater August Büttner in der Jahrmarktsbude gelernt hatte und sich Ende der 20er Jahre ebenfalls mit einer Kasperbühne selbstständig machte. Als er am Kriegsende 1945-46 in Ellisville, Alabama interniert war, traf er dort Künstler, die seinen Blick schärften für eine feinere Ästhetik der Figuren, für andere Spielinhalte und für eine andere Dramaturgie. Die Amerikaner erlaubten der Gruppe, ein Puppentheater im Lager zu gründen und zwei der dort gebauten Figuren, vermutlich von dem Maler Ernst Hummel geschaffen, sind auch in unserer Ausstellung zu sehen. Nach dem Krieg ließ sich Walter Büttner neue Figuren von einem der bedeutendsten Figurenbildner, Fritz Herbert Bross, anfertigen. Wir haben welche hier, beziehungsweise auch nach Brossköpfen nachgearbeitete von Jürgen Maaßen. Ich zitiere Silke Technau, die sich mit der Spielweise Walter Büttners intensiv beschäftigt hat. Walter Büttners archaisch-rhythmisches Spiel war eine lebendige Mischung aus Tradition, Intellekt und Naivität von unverwechselbarem Reiz. Er schlug damit eine Brücke vom volkstümlichen Jahrmarktstheater zur heutigen Kunstform des Puppen- und Figurentheaters. Der Jahrmarkt-Caspar kann also seine ganz eigene Qualität haben, als rebellische, betont sinnliche Figur, die das Unordentliche, Archaische gegen die Ordnung setzt. In der Nachkriegszeit erlebte das Puppentheater nochmal eine richtige Neugründungswelle. Einer, der erst durchs Kriegsende zu den Puppen fand, ist Fritz Fay Senior, der 1945 im Lazarett in Grömitz den Kieler Puppenspieler Paul Thiele traf und von ihm das Schnitzen mit einem alten Skalpell lernte. Im Gegensatz zu all denen aber, für die Puppentheater nur ein kurzfristiger Broterwerb war, entwickelte sich Fritz Fay schnell und ehrgeizig weiter. Er lebte zunächst in Lensan, später in Mölln und begann bereits 1947 mit seiner Ehefrau Ingeborg, die Musik studiert hatte, neben dem Handpuppen auch mit dem Marionettenspiel. Seine Figuren baute Fay selbst und experimentierte dabei mit unterschiedlichen Schnittstechniken, mit Modellierungen und Materialien, wie sie an vielen ausgestellten Figurenköpfen und den chinesischen Figuren auch zu sehen ist, diese Unterschiedlichkeit. Fritz Fay spielte Sagen, Märchen, Mozart-Opern. Seine Regenbude von Theodor Storm wurde zum Erfolgsstück. In unserer Ausstellung sind mehrere Figuren aus diesem Stück zu sehen. Fay ging auf Tourneen in die Schweiz, spielte im Auftrag des Goethe-Instituts in Frankreich und Ende der 50er Jahre wurde das Fernsehen aufmerksam auf seine Figur Vite Appelschnut. Vite Appelschnut wurde von Ingeborg Fay gespielt und war in über 100 Filmen zu sehen. Das ist so, wie gesagt, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gewesen. Zurück zum Kasper-Spiel. Einschneidende Bedeutung für die Entwicklung des Kasper-Spiels hatte auf jeden Fall die Wandervogelbewegung. Die späte Wandervogelbewegung in den 20er Jahren. Angefangen hatte das ja bereits vor dem Ersten Weltkrieg. In den 20er Jahren haben die sich sehr mit dem Volkskulturgut beschäftigt und entdeckten an unterschiedlichen Orten das Puppentheater für sich. Es entwickelten sich erzieherische und sozialkritische Stücke. In Berlin ist zu nennen Karl Iwowski, in Kiel Werner Perrey und in Hartenstein im Erzgebirge und später in Hohenstein in der Sächsischen Schweiz Max Jakob. Er war ursprünglich Buchhalter und sollte aber am berühmtesten werden von den Hohensteinern, von dieser neuen Bewegung. Er ließ sich inspirieren vom Brandschen Marionettentheater Münchner Künstler. Sein Kasper wurde ein pädagogisch wirkender, vergnügter Freund ohne Spott und Zynismus. Zunächst für erwachsene Wandervögel, später für Kinder. Die Spieler sprachen Alltagssprache und die Stücke behandelten oft Themen des täglichen Lebens. Theo Egging, ein Wandervogel aus Riga, schuf für Max Jakob den passenden Kasper Kopf. Der Kasper wurde kleiner, leichter und beweglicher. Er eroberte damit auch den Raum hinter der Spielleiste und bekam Stoff statt Holzhände, um Gegenstände greifen zu können. Einen der berühmten Egging-Kasper sehen Sie ganz hinten in der Vitrine rechts. Eine besondere Bühne entwickelte sich Ende der 40er Jahre in Bad Oldesloe. Anton Urbanik hatte die Hohensteiner bereits in seiner Schulzeit im schlesischen Glogau kennengelernt. Nach seiner Flucht nach Bad Oldesloe zu den Großeltern trat er in den Jugendbund ein und so kam er auch zu den Lehrgängen von Max Jakob und lernte dort auch seine Frau Gisela kennen. Über Max Jakob sagt sie in einem Interview mit Jens Weltsch, Max Jakob als Lehrgangsleiter konnte den Einzelnen so motivieren, da musste man schon ein Stein sein, um nicht sofort begeistert zu sein. Die Urbaniks ließen sich begeistern und etablierten sich als Laien-Spieler. Im Hauptberuf blieben sie Verwaltungsangestellte. Das Puppenspiel hat sie doch ihr ganzes Leben nicht wieder losgelassen. Sie spielten eigene Stücke, vor allem für Kinder und später auch für Senioren. Max Jakob wurde ein guter Freund und Patenonkel seiner Tochter, ihrer Tochter. Max Jakob spielte sogar bei einigen der Auftritte der Urbaniks mit als Gast. Und zwar hat er dann als Gast natürlich seine Paraderolle, den Kasper, geführt. Puppentheater, Figurentheater, Kaspertheater, Kunstfigurentheater. Zwischenzeitlich mal fast tot geglaubt, entwickelt sich das Spiel mit animierten Figuren ausgesprochen vielfältig weiter. Also ich weiß ja nicht, was Frau Dr. Nappen jetzt erzählt hätte, aber das, was Sie uns in der Geschichte des Figurentheaters jetzt vermittelt haben, fand ich schon eine fantastische Leistung. Ich bin froh, dass wir dieses 150-jährige Jubiläum feiern und dass wir diese Geschichte des Marionettentheaters auch aufgezeigt bekommen. Und dass Sturmmann so stark daran beteiligt war, das war mir nicht so bekannt, aber das ist jetzt die Geschichte, die aufgearbeitet wird. Und deswegen nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben, uns in diese Welt eintauchen zu lassen. Und für die Zukunft bin ich mir dann ganz sicher, dass es eine ganz tolle Sache wird hier in Rhein-Macken. Vielen Dank.